Hüte dich vor dem Spiegelmann Was hast du denn da, Cassie? Fragte ich meine Tochter, als sie mit einem kleinen Gegenstand im Wohnzimmer spielte. Oh, das ist nur ein Marker, den ich von meinem Freund bekommen habe. Sie lächelte dabei vor sich hin wie ein Honigkuchenpferd. Meine siebenjährige Tochter, oh Gott, wo war die Zeit nur hin, hatte viele Freunde in unserer Nachbarschaft. Also dachte ich mir nichts dabei. Ich wollte gerade weggehen, um das Abendessen weiter vorzubereiten, als ich eine seltsame Markierung auf Cassies Geburtstagsgeschenk sah. Cassie, bitte mal nicht auf dein Geschenk. Der Spiegel ist eine wertvolle Antiquität, die deine Mutter und ich dir gekauft haben. Es tut mir leid, Daddy, mein Freund hat mir gesagt, ich soll es schreiben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es hübsch. Sie lächelte wieder, was meinen aufkommenden Unmut sofort besänftigte. Verwirrt blieb ich dennoch. Was stand da auf dem Spiegel? Spricht einer ihrer Freunde eine andere Sprache? Ich betrachtete erneut das seltsame Gekritzel auf dem alten Handspiegel. Meine Frau und ich hatten den Spiegel, den Cassie zu ihrem siebten Geburtstag bekommen hatte, bei einer Nachlassversteigerung erworben. Es war ein sehr alter antiker Kosmetikspiegel aus echtem Silber und Saphiren darin. Wir waren überrascht, dass er so billig war, wenn man die wertvollen Materialien bedenkt, aus denen er hergestellt worden war. Aber wir haben uns natürlich nicht beschwert. Die Schmiererei, die sie auf die Kante des Spiegels hinterlassen hatte, genau in der Ecke, wo das Glas auf den Rahmen traf, war eine seltsame kleine Runenform. Das Zeichen sah aus wie fünf aneinandergereihte Y-Lons und dieses Symbol oder diese Rune erinnerte mich an keine Sprache, die ich kannte. Es wirkte völlig fremdartig und ich konnte mir nicht erklären, woher Cassie solch eine Rune kannte. Sagen wir, ich war verblüfft, ein wenig verwirrt. Also fragte ich Cassie. Hey, Schatz, welcher Freund hat dir gesagt, dass du das malen sollst? Sie hielt kurz inne und ihr Lächeln verschwand. Sie wirkte auf mich irgendwie, als sei ihr das Thema unangenehm. Nun, begann sie, du wirst mir bestimmt nicht glauben. Aber es war der Spiegelmann. Er hat mir gesagt, dass es eine Zahl aus seiner Welt ist. Okay, ein imaginärer Freund also. Das ließ die sich anbahnende Angst in mir umgehend verstummen. Cassie war zwar erst sieben, aber für ihr Alter verdammt kreativ. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass diese Rune ihrer lebhaften Fantasie entsprungen sein konnte. Ach, hat er das? Fragte ich und ein kurzes Glucksen entfuhr mir. Cassie jedoch erwiderte mein Lächeln nicht. Sie sah traurig aus. Ich wusste, dass du mir nicht glauben würdest. Der Spiegelmann hat es mir gesagt. Ich schien meinen kleinen Engel wirklich verärgert zu haben. Also beschloss ich mitzuspielen, zumindest so, dass es nicht so aussah, als wäre ich ein herablassender Erwachsener oder würde mich über ihren Freund lustig machen. Okay, Schatz, es tut mir leid, ich glaube dir. Hat der Spiegelmann denn gesagt, wofür die Nummer ist? Ein Lächeln stahl sich wieder auf ihr Gesicht und sie sagte, Ja, er sagte, dass es mit seinem Besuch zu tun hat und dass die Zahlen und der Spiegel ihn bald hier hinbringen werden. Gut, sagt dem Spiegelmann, dass wir gerne miteinander spielen können, wenn er da ist. Aber bitte mal nicht auf den Spiegel, er ist sehr, sehr alt und sehr wertvoll. Das weißt du doch, Cassie. Sie liebte den Spiegel und benutzte ihn bei jeder Gelegenheit. Sie nahm ihn überall hin mit. Am Anfang war ich noch skeptisch und hatte Angst, dass er ihr vielleicht gestohlen werden könnte oder dass sie ihn irgendwo vergessen würde. Aber eigentlich war es ja nur ein dämlicher Gegenstand. Die Freude meiner Tochter war mir deutlich wichtiger, als dass irgendein Ding intakt blieb. Von Anfang an hatte sie mit dem Spiegel gesprochen. Sie spielte immer und immer wieder Spieglein, Spieglein an der Wand. Doch nun schien sie anscheinend ein neues Spiel für sich und den Spiegel gefunden zu haben. Der Spiegelmann, mit dem sie sprach und der sie zum Kritzeln auf glatten, teuren Oberflächen motivierte. Ich liebte die Kreativität meiner Tochter, aber dieser Blick, den sie mir zugeworfen hatte, als ich die Echtheit des Spiegelmannes angezweifelt hatte, beunruhigte mich. Sie schien also tatsächlich der Meinung zu sein, dass ihr imaginierer Freund echt sei. Ich würde das Ganze im Auge behalten, nahm ich mir vor. Am nächsten Tag kam ich früher von der Arbeit nach Hause und beschloss Cassie, mit einer Pizza zu überraschen. Ich kam gerade zur Tür herein und wollte den gebackenen Teigpfladen in die Küche bringen, als ich Cassie wieder im Wohnzimmer reden hörte. Okay, Gelles, aber ich will keinen Ärger bekommen. Dad wird bestimmt sauer sein, wenn ich die Zahl auf den und auf die anderen Spiegel male. Cassie machte eine Pause und ich fragte mich für einen kurzen Moment, ob sie tatsächlich mit jemandem sprach. Ach, aber wer sollte dieser Gelles sein? Hatte sie den Spiegelmann so genannt? Es ertönte keine Antwort. Natürlich. Nach ein paar Augenblicken kam Cassie in die Küche und begrüßte mich stürmisch. Ich fand das Ganze mittlerweile schon ein wenig seltsam, aber ich ließ mir nichts anmerken und freute mich auf den Pizzamampf mit meiner Tochter. Später, in der Nacht, wurde ich durch ein Geräusch im unteren Stockwerk geweckt. Fast wäre ich wieder eingeschlafen, aber ich hörte es wieder und beschloss nachzusehen. Ich war kurz besorgt, ob es nicht ein Einbrecher hätte sein können, aber als ich in die Dunkelheit lauschte, vernahm ich das Trappeln kleiner Kinderschritte. Cassie. Sofort entspannte ich mich. Glücklicherweise kein Einbrecher. Aber warum zum Klabautermann war Cassie so spät noch wach? Meine Frau war die ganze Woche über auf einer Tagung und wäre erst nächste Woche wieder bei uns. Doch dieses Verhalten von Cassie musste ich alsbald mit ihr besprechen. Nicht nur ein imaginärer Freund, nein, zu allem Überfluss war sie nachts wach und streuchte durchs Haus. Kinder können schon echt einander Waffel haben. Als ich die Treppe hinunterkam, sah ich Cassie im Wohnzimmer mit ihrem Filzstift. Sie schien auf den Spiegel an der Wand zu malen. Ich war ein wenig verärgert darüber, dass sie meine vorherige Bitte einfach so ignorierte. Auf meiner Unterlippe kauend betrat ich den Raum, um mit ihr zu reden. Sie keuchte so erschrocken auf, als ich das Zimmer betrat, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte sie aus einer tiefen Trance gerissen. Äh, Dad, äh, tut mir leid, aber er, äh, ich will meinen Freund sehen und er sagt, ich muss das auf alle Spiegel malen, sonst kann er nicht kommen. Ich sah Cassie streng an. In ihrem Blick lag so etwas wie Besorgnis. Ich konnte nicht sagen, ob es nur daran lag, dass sie ertappt worden war oder ob sie wirklich glaubte, sie müsse dies für ihren Freund tun. Schatz, ich will ganz bestimmt nicht deine Kreativität unterdrücken. Aber du kannst einfach nicht alle spiegelvoll kritzeln. Wir haben hier Regeln, Cassie. Und wenn ich oder Mom dir sagen, du sollst etwas nicht tun, dann hat das schon seinen Grund. Ich habe keine Ahnung, ob wir die Farbe wieder abkriegen oder nicht. Cassie wirkte daraufhin irgendwie gekränkt. Sie ließ die Schultern hängen und blickte zu Boden. Ich nahm sie wieder mit nach oben und brachte sie zurück ins Bett. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer entschied ich, einen kurzen Abstecher auf die Toilette zu machen. Und als ich das Licht anmachte, entfuhr mir im selben Augenblick ein entnervtes Stöhnen. Auch hier hatte Cassie den Spiegel bekritzelt. Diesmal war es ein großes Ypsilon mit drei kleineren darüber. Ich erinnerte mich an die Markierung von gestern. Die Zeichen sahen sich eindeutig ähnlich. Und diese Ähnlichkeit wirkte auf mich nicht zufällig. Oder willkürlich. Was hatte Cassie noch gesagt? Es war eine Zahl? Und ja, den Eindruck machte es in diesem Moment auf mich. Gestern waren es fünf Ypsilons, heute nur vier. War es wirklich ein Zahlensystem in einer mir unbekannten Sprache? Und wenn ja, warum zur Hölle befasste sich meine siebenjährige Tochter damit? Am nächsten Tag, als ich auf der Arbeit war, erhielt ich einen Anruf von Cassies Schule. Anscheinend war sie einer anderen Schülerin gegenüber handgreiflich geworden. Ich war natürlich sofort besorgt, denn das sah ihr gar nicht ähnlich. Ich musste sie von der Schule abholen und erfuhr von der Direktorin, dass eine Mitschülerin versucht hatte, ihr den Spiegel wegzunehmen, weil sie ihn sich anschauen wollte. Daraufhin war Cassie sehr wütend geworden und hatte dem Mädchen ins Gesicht geschlagen. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. So etwas hatte Cassie noch nie gemacht. Auf der Heimfahrt versuchte ich, mit ihr darüber zu reden. Aber mehr als mürrisches Gemurmel konnte ich ihr nicht entlocken. Als ich ihr klarmachen wollte, dass körperliche Auseinandersetzungen ein No-Go sind, egal wie bescheuert sich andere benehmen, unterbrach sie mich. Callis ist mein Freund. Ich wollte ihn nicht verlieren. Schon wieder dieser Name. Callis. Es musste der Name ihres imaginären Spiegelmannfreundes sein. Ich wusste nicht, ob meine Tochter ihren imaginären Freund nur vorschob, um keinen Ärger zu bekommen, oder ob sie wirklich Angst gehabt hatte, ihren Freund zu verlieren. Was auch immer es war, langsam war ich das Thema leid. Ich versuchte erneut, ein ernstes Gespräch mit ihr darüber zu führen, aber sie machte dicht. Ich wusste in dem Moment einfach nicht, was ich tun sollte. Ich wünschte, meine Frau wäre nicht auf dieser dämlichen Tagung, denn was auch immer ich gerade versuchte, es funktionierte einfach nicht. Nach einem ungemütlichen und schweigsamen Abendessen brachte ich sie ins Bett und verbrachte noch einige Zeit vor der Flimmerkiste. Als ich später am Abend kurz davor war, im Land der Träume zu versinken, hörte ich das Knarren unserer Treppe. Ah, nicht schon wieder. Ich ging die Treppe hinunter und tatsächlich, Cassie hielt ihren Spiegel in der einen und den Marker in der anderen Hand und kritzelte wieder auf den Spiegel im Wohnzimmer. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es satt. Ich stürmte ins Zimmer und erschreckte sie erneut. Ah, nicht schon wieder, Cassie. Damit ist jetzt ein für allemal Schluss. Morgen früh machst du den Spiegel sauber. Und bevor du jetzt ins Bett gehst, jetzt, gibst du mir den Handspiegel. Sie sah aus, als würde sie gleich weinen. Ich schob das in mir aufkeimende, schlechte Gewissen beiseite. Nein, Dad, bitte nicht, Gelles wird bestimmt böse sein. Ich hatte diesen Quatsch allmählich satt. Ich wurde lauter, nahm ihr den Spiegel ab und schickte sie auf ihr Zimmer. Sie schaute es mich an und dann in den Spiegel. Danach trampelte sie die Treppe hinauf. Ich konnte sie leise schluchzen hören und mein anfängliches Gefühl von ich muss ihr Grenzen setzen, bich doch nun einem schlechten Gewissen. War ich zu streng gewesen? Ach, Mann, ich vermisste meine Frau. Sie war eindeutig der bessere und souveränere Elternteil. Ich schaute auf den dämlichen Handspiegel und, wie sollte es auch anders sein, ich sah eine neue Kritzelei in der rechten unteren Ecke. Diesmal sah sie aus wie drei Y-Sylons. Erst waren es fünf Y-Sylons, dann vier und jetzt drei. Das war eindeutig ein Herunterzählen. Ein weiteres Mal fragte ich mich, welche Sprache das sein könnte, woher Cassie sie kannte und vor allen Dingen, woher sie wusste, wie man sie schrieb. Während ich noch darüber grübelte, richtete sich mein Blick unwillkürlich auf die Mitte des Spiegels und ich verspürte mit einem Mal ein seltsames Schwindelgefühl. Ich bekam weiche Knie. Eine eigenartige Eingebung überkam ich. War da doch mehr? Steckte mehr hinter diesem Spiegel, als wir wussten? Den Gedanken abschüttelnd, machte ich mich auf den Weg ins Bett. Am nächsten Morgen kam Cassie nicht zum Frühstück herunter und ich ging hoch, um nach ihr zu sehen. Sie sagte, sie fühle sich krank. Ich überprüfte ihre Temperatur und stellte fest, dass sie tatsächlich leichtes Fieber hatte. Also entschuldigte ich sie in der Schule. Als ich mich gerade zur Arbeit aufmachen wollte, hielt Cassie mich an meinem Mantel. Daddy, kann ich bitte meinen Spiegel zurückhaben? Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee war. Ich hatte gestern Abend ein echt komisches Gefühl bei dem Spiegel. Ich entschloss Cassie, einen Kompromiss vorzuschlagen. Na gut, ich gebe dir den Spiegel zurück, wenn du mir sagst, was du da auf den Spiegel schreibst und warum. Sie hielt einen Augenblick inne und ein Anflug von Unbehagen zog sich über ihr Gesicht. Aber Gelles hat gesagt, ich soll niemandem etwas von dem Countdown erzählen und er kommt erst, wenn wir ganz heruntergezählt haben. Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund, als hätte sie schon zu viel gesagt. Ich kann gar nicht beschreiben, wie unglaublich unbehaglich ich die ganze Situation fand. Meine Tochter hatte da tatsächlich einen imaginären Freund. Einen Freund, der ihr Befehle erteilte. Oh Gott, können Kinder schon so etwas wie eine Schizophrenie entwickeln? Eine frühkindliche Schizophrenie oder sowas? Wer ist dieser Gelles? Ist er der Spiegelmann? Fragte ich sie, doch Cassie antwortete nicht. Ich fragte noch einmal. Sie schaute verlegen auf den Boden und nickte mit dem Kopf. Was war nur los mit ihr? Verdammt, so kannte ich Cassie gar nicht. Widerwillig gab ich ihr den Spiegel zurück. Was auch immer das für eine Scheiße mit dem Spiegelmann war, ich begriff es nicht. An diesem Abend blieb ich bewusst auf, nachdem ich Cassie ins Bett gebracht hatte. Und wie ich es erwartet hatte, hörte ich nach einiger Zeit, wie sie ihr Zimmer verließ und die Treppe hinunterschlich. Ich konnte sehen, wie sie den Mark annahm. Ihre Bewegungen waren irgendwie seltsam, als befände sie sich in einer hypnotischen Trance. Erst kritzelte sie wieder auf ihren Handspiegel. Als sie damit fertig war, begann sie auf den Wandspiegel zu schreiben. Ich trat ein wenig näher an Cassie heran und stellte zu meinem Entsetzen fest, dass ihre Augen völlig glasig waren. Sie war kaum bei Bewusstsein. Diesmal sahen die Markierungen aus wie zwei schmale Y-Lons. Ein ungutes Gefühl überkam ich. Ein verdammt ungutes Gefühl. Ich packte Cassie an den Schultern und schüttelte sie sanft. Woraufhin sie mit einem Schrei aus ihrer Trance erwachte, als hätte ich sie gerade aus einem widerwärtigen Albtraum gerissen. Ich umarmte sie und sagte ihr, dass alles in Ordnung sei. Aufgeregt fragte sie immer und immer wieder, ob Gales der Spiegelmann schon da sei. Nach einigen Augenblicken beruhigte sie sich wieder und ich trug sie nach oben. Noch auf der Treppe schlief sie in meinen Armen ein. Ich nahm ihr den Spiegel aus der Hand. Er fühlte sich so heiß an, dass ich mich beinahe daran verbrannt hätte. Wie zur Hölle konnte das Ding nur so heiß geworden sein? Ich machte ein paar Fotos von den Symbolen und als ich im Internet danach recherchierte, stieß ich auf etwas verdammt Seltsames. Die Zeichen ähnelten am ehesten denen alter sumerischer Ziffern. Ja, leck mich am Arsch! Wie zum Teufel kam Kessi auf sumerische Zahlen? Als nächstes beschloss ich, nach dem Namen Gales zu suchen. Zunächst fand ich nichts, aber als ich nach Gales im Zusammenhang mit sumerischer Terminologie suchte, stieß ich auf etwas zutiefst Beunruhigendes. Der Name Gales oder Galu war eine Bezeichnung für den Teufel in der alten mesopotamischen Religion. Dieser Teufel verschleppte seine Opfer in die Unterwelt, wo er sie ohne Rücksicht auf Schuld oder Unschuld zu Tode quälte. Ich dachte an diese verdammten sumerischen Ziffern, die eindeutig herunterzählten. 5, 4, 3, 2. Und daran, dass Kessi gesagt hatte, dass der Spiegelmann oder halt Gales erscheinen würde, wenn der Countdown abgelaufen war. Das konnte auf keinen Fall echt sein, durfte nicht echt sein, sollte nicht echt sein. Nein, das alles musste ein dämlicher Scherz sein. Aber wie kam Kessi dann auf den Namen Gales? Auf den Namen eines sumerischen Teufels? Und woher wusste sie, wie sumerische Zahlen aussahen? Ich flippte regelrecht aus und ich war so sehr von meinen Nachforschungen im Internet abgelenkt, dass ich die Zeit völlig vergessen hatte. Kessi hätte schon längst wieder tranceartig geschlafwandelt sein können, während ich mir hier die Augen eckig gesehen hatte. Ich schoss in die Höhe und überprüfte als erstes den Badezimmerspiegel. Und er hatte wahrhaftig zwei große, schlanke Y-Lons, die die Zahl 2 darstellen mussten. Jeder andere Spiegel im Haus war bereits mit den gleichen Symbolen bekritzelt worden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das unangenehme Gefühl in meinem Magen verwandelte sich mehr und mehr in eine Klaue, die meine gesamten Eingeweide umklammerte. Ich machte mich auf die Suche nach Kessi, um sie wieder ins Bett zu bringen. Doch zu meinem absoluten Entsetzen war Kessi verschwunden. Ich fand sie nirgends. Ich suchte das gesamte Haus nach ihr ab. Keller, Dachboden, jeden verdammten Schrank riss ich auf. Ich schaute selbst im Trockner und in der Waschmaschine nach. Ich schrie nach ihr wie ein Geisteskranker. Doch sie war weg. Ich rief die Polizei an und versuchte irgendwie die richtigen Worte herauszukriegen. Doch der Officer am anderen Ende der Leitung schaffte es, mich ein wenig zu beruhigen, sodass ich es halbwegs schaffte, ihm eine genaue Person-Beschreibung von Kessi durchzugeben. Von Gelles, dem mesopotamischen Teufel, erzählte ich natürlich nichts. Die ganze Nacht und den darauf folgenden Tag war ich durch unsere Nachbarschaft geeilt und hatte nach Kessi gesucht. Ich rief alle Bekannten an, die Eltern ihrer Schulfreunde. Doch sie war nirgendwo aufgetaucht. Ich war gerade dabei, völlig erschöpft, auf der Couch in einen unruhigen Schlaf zu fallen, als ich, es war ungefähr gegen Mitternacht, hörte, wie sich die Haustür langsam öffnete und dann zuschlug. Mein Herz machte einen Sprung, das musste Kessi sein. Ich sprang auf und rief, Kessi, du bist wieder da, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Doch es kam keine Antwort. Das Einzige, was ich hörte, war das Quietschen ihres Stiftes. Sie kam gerade aus dem Bad raus, als ich erneut mit ansehen musste, wie sie in Trance durch das Haus wankte und unverkennbar eine sumerische Eins auf unserem Wohnzimmerspiegel malte. Ich konnte sie nicht einmal aus ihrer Trance befreien. Ein paar Mal versuchte ich, sie leicht zu schütteln, doch der Trance-artige Zustand hielt einfach an. Erst als sie ihr Werk vollendet hatte und alle unsere Spiegel mit einer sumerischen Eins versehen waren, erwachte sie aus ihrer Trance. Das war gestern Abend. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Der Flug meiner Frau hatte Verspätung und wir sind immer noch allein. Kessi schläft gerade in ihrem Zimmer. Ich habe ihr den Handspiegel wieder abgenommen und er liegt neben mir auf dem Schreibtisch, wo ich dies hier gerade schreibe. Ich verspüre ein unbeschreibliches Gefühl der Angst bei dem Gedanken, was am Ende dieses Countdowns passieren könnte. Mein rationaler Verstand weiß natürlich, dass es eigentlich nur ein Spiel sein kann oder ein Zufall oder dass Kessi vielleicht wirklich so etwas wie eine frühkindliche Schizophrenie entwickelt hat oder, oder, ja, vielleicht braucht mein kleiner Engel einfach Hilfe, aber ich weiß einfach nicht, was ich tun kann. Scheiße, ich bin müde, unendlich müde. Nur einmal kurz die Augen schließen. Nur einmal. Als ich wieder wach wurde, hatte ich den verdammten Spiegel in der einen und den Marker in der anderen Hand. Ich stürmte nach oben, um nach Kessi zu sehen. Sie schlief. Okay, das war schon mal gut. Dann fiel mein Blick ein weiteres Mal auf den Handspiegel. Da waren diesmal nicht nur die Zahlen, sondern noch weitere seltsame Symbole, die vorher noch nicht dagewesen waren. Ich überprüfte die anderen Spiegel im Haus und ich fand auf allen von ihnen die neuen Symbole. Und das Schlimmste war, dass sie alle in meiner Handschrift geschrieben worden waren. Während ich noch versuchte, mir einen Reim auf das alles zu machen, und spürte ich mit einem Mal so etwas wie eine seltsame Aura. Etwas Böses. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Unsicher warf ich einen Blick auf den Spiegel hinter mir und die Reflexion meiner selbst begann auf einmal etwas anderem zu weichen. Einem Gesicht aus reinster Dunkelheit. Mit tiefrot leuchtenden Augen. Dann knackte der Spiegel und zersprang in tausend Einzelteile. Während ich mit offenem Mund dastand, unfähig mich zu rühren, hörte ich im ganzen Haus eine Kakophonie von zerbrechendem Glas. Ein widerwärtiger Geruch wehte durch den Raum. Es roch irgendwie alt. Und nach Tod. Dann hörte ich das seltsame Geflüster. Eine abgrundtiefen Stimme. Der Spiegelmann ist fucking echt. Und was auch immer er ist, ich glaube, ich habe ihn gerade freigelassen. Ich muss Cassie holen und sofort von hier verschwinden, bevor der Spiegelmann uns holt. Der Spiegelmann uns holt. Der Spiegelmann uns holt. Der Spiegelmann uns holt. Untertitelung des ZDF, 2020